Ich bin ja dann überlegen, wie ich das hin meinte, weil das geltenste ist. Ich hab sogar blaue Mütze, gell. Hab ich auch. Ich dachte aber echt, dass das geltenste hier ist. Leck ich irgendwie. Gut, weil das jüngst jetzt online. Marc Gamer, moin, das geht. Das geht. So, ich hoffe, das geht jetzt mit Zocken. Ich hoffe so sehr, dass es jetzt geht. Machst du 20 Kills für mich? Ich versuche es, wenn es überhaupt geht, mit dem Zocken. Weil letztes Mal, wo ich gestreamt habe, war alles so wie jetzt. Und dann, wo ich ins Game rein wollte, war es übel am Leben und alles. So, ich versuche es. Okay, please, digga, please. Bitte geht es. Safe, digga. Ich hoffe... Ich hoffe es, digga. Weil dann können wir das öfter machen. Okay, also beim Stream ist da, diese Stream-Live-Zustand ist da grün. Justin E, hey. Moin, moin. Was geht? 17er Peng, diggi. Ja. Ich liebe es. Digga. Moin. Ich habe einen 11er, digga. Nice. Nice. Also, die Jungs, macht euch gefasst. Es kommen jetzt öfter Streams. Geil. Okay, 27er, Parockler, 30er. Gut, ich gehe gleich bei dem Moment 30 oder so. Ja, es geht, ja. Nice, digga. Nice, nice, nice. Ja, man. Ich gehe blue. Ich gehe blue. Ich gehe blue. Das zog spät, abends überhaupt noch welche reinkommen. Ich gehe doch nicht mehr blue. Ich gehe hier andere Seite. Ich gehe hier über. Moin. Piss dich. Ja, ne. Hier, genau. Ah. Also, es geht alles, es lag links im Stream. Nice, nice. Diga, die Waffe ist ja so krank. Okay. Geld ist geil. Spidey auch so. Hier ist jemand. Ah, hinter mir. Ja, scheiße. Ich gehe da. Ich gehe da. Ich gehe da. Komm, hol die. Ey, die Waffe ist krank, alter. Oh, Merkauf, nichts zu gebrauchen, digga. Ist alles gut so mit dem Stream? Legt es oder irgendwie sowas? Wenn es laggt oder so, schreibt es rein. Oder irgendwas zu leise ist. Oh, meine Karte. Ich gehe da gar keinen Bock mehr. Ne, ist alles gut. Okay, perfekt. Justin, bist du neu hier? Oder warst du schon mal da? Oder haben wir geschrieben auf Insta? Oder? Ich weiß es gerade nicht. Ehre. Oh, ich habe diese MP jetzt zweimal. Ich bin der Schlechteste. Ich habe ihn. Ich habe beide. Ach, sind die lost. Ich habe mal Pampon. Hier. Ich darf mal Drohne durchziehen. Hier sind noch welche gekommen. Die beiden hier. Die Zollte. Ah, okay. Nice. Wo? Zollte hier unten. Ah, ja. Ich habe Pits bekommen. Heilerwur, Digga. Ich gehe mal. Unten. Äh, ich bin gleich. Ich gehe mal hier runter. Ganz unten. Ah, ja. Ja, der ist genau hier. Ja, der ist hier drinnen. Der ist süß, glaube ich. Schüss mal auf mit der. Wo? Er ist auch nicht süß. Hat es. Hat ihn. Nice. Und das gar. Digga, die sind aber sowas für meinen Mates, Diggi. Neun fucking Mates. Mark und Justin, seid ihr noch hier? Oh, Digga. Was ist los? Nice. Hier ist noch einer. Hier verliert der noch. Hat jetzt. Wurde. Wo denn? Wo? Hä? Hier oben. Ah, gut. Chronix, by the way. Hi, was geht's? Hier ist noch jemand. Hier fliegt jemand so along. Morgen, Ralskin. One shot. Von der Seite noch. Oh mein Gott. Hier, ich kann nicht bauen. Einer lasert. Einer knocked. Der. Den one shot. Ja, Digga. Der ist bei mir. Ach, Leute. Ja, ja, ich weiß. Kann nicht machen, Digga. Hier sind acht Gegner gefühlt. Was geht, Koranix? Ich baue mich die ganze Zeit. Nur. Nice, baller mal Nades rein. Einer müssen noch genockt sein. Pass auf. Digga. Nichts bei dir. Ein bisschen Fortnite zocken. Wie ist das? Ist alles gut mit dem Stream. Chronix. Oh, schade. Egal. Scheiß drauf. Eingezick, Digga. Huren. Digga, it's more. 19 HP. 30 KP. Wir streamen, Digga. Du NoHand. Direkt. Gebannt wegen Beleidigung. Kappa. Bestimmt, oder? Ja, alles gut. Okay, perfekt, Digga. Perfekt. Digga, solche Borg. Ey, ich glaube, ich nehme jetzt irgendein Lost-N-Scan. Lass aber bald Blaumütze nehmen. Ja, Blaumütze halt. Auf Lost. Warte, hab ich noch einen Lost-N-Scan. Hä, was ist denn jetzt los? Ich kann nicht ahnen. Ah, ich habe einen. Oh, Digga. Okay, den zock ich jetzt auch. Der ist nice. Mit dem Old-School, mit dem Old-School-Backpack. Ist es das mit dem... Ah. Digga, wir streamen seit 11 Minuten, haben schon 3 Likes. Nice, Nose. Vier. Welches Level bist du? 76 nur. Also, ich battle-pass nur nicht. Ich habe mir die ganze Zeit auf dem anderen Gang gezogen. Einfach noch ein paar Aufgaben. Borg, aber jetzt muss ich auch noch alle machen, Digga. Muss ich nicht machen. Da hast du kein Kopfweh, wenn du keinen Battle-Pass hast. Ich bin nicht in der Runde, gell. Wie? Ich bin nicht in der Runde. Immer noch nicht. Nein, bei dir stand, dass ein Fehler war. Ja, dann lebe ich raus. Versteht man ihn auch gut? Egal, das Trio-Tourneu, das geht so weh. Es ist halt immer noch, gell? Ich weiß. Noch eine halbe Stunde. Guck mal, wer er ist da gerade öffnest. Ich glaube, Joa. Also, von Deutschen ist Joa. Und Dings. Milan. Milan ist oben. Milan ist Zweiter auf der ganzen Welt. Joa, es geht. Okay, dann kann ich ihn vielleicht noch ein bisschen lauter stellen. Sag mal was, Julian. Joa, ich weiß, Aqua ist krank. Ist jetzt besser, Jungs? Sag mal was, Julian. Ja. Ist jetzt besser? Hört man ihn besser jetzt? Jarvis ist auch oben dabei. Warte, ich will ganz kurz noch gucken, was er von Deutschen noch dabei ist, ne? Ja, ich gucke auch gerade. Ja, okay, perfekt. Hä? Erster... Zwei Aquas. Erster ist bei mir bei Devil. Dann Styler und Joa Zweiter. Ne, bei mir ist erster Gabber und Jinsen. Top Boy. Irgendwie war das bei mir vorhin auch schon so. Ich glaube, es ist aktualisiert bei mir gar nicht. Keine Ahnung. Mach already. Ja, warte. Lost Spieler sind hier. Ich weiß, die habe ich auch gesehen. Top Platz 60 sind Lost Spieler, Digga. Lol. Ich weiß, habe ich gesehen. Und hier auch noch die Wies. Ja, moin. Toll, ne? Hä, sind voll viele Nachobern kennen. Wie viele Punkte hattest du? Ich hatte... Boah, Bruder. Meinst du, was mein Rekord war oder wie viel ich jetzt habe? Jetzt habe ich gerade 285. Mein Rekord war 315. Trio. Wie meinst du, wie viele Punkte ich im Trio-Turnier hatte? Da haben wir nicht mitgespielt. Aber wir hatten... Wir hatten kein Mate. Kein Team-Mate. Alle Team-Mates, wo wir gedacht haben, können mit dem Stalken haben abgesagt. Ja. Ganz kurz vor knapp. Heute Mittag zu einer, ja. Schrammisch. Ja. Ich habe die Heelser sogar noch gefragt. Er hat gesagt, nee, gar nicht. Boah, das sind 45 Punkte. Nice. 45 Punkte ist nicht schlecht, oder? Im Halbfinale oder im Finale? Im Halbfinale oder im Finale? Im Halbfinale oder im Finale, oder? Im Halbfinale? Ja. Ja. Hä? Letztes Mal hatten alle so die Pros oder 18. Nee, ich glaube, in einer Runde 50 Punkte. Ja, das kann sein. Weil, die haben irgendwas gesagt mit, ähm, wie heißt er? Stormy hat 60 in einer Runde gemacht, 60 Punkte. Mit wem spielt Karmus zusammen? Isar, oder? Was sagst du, mit Pepper und Hami? Hä, weil, nein, weil Isar ist nicht mehr bei Jarvis und Kuna. Karmus spielt mit Hami und Pepper. Ja, kann auch sein, aber ich habe gesagt, ich habe nur gedacht, weil Isar und Karmus sind ja auch eigentlich Mate. Und Isar spielt jetzt nicht mehr bei Jarvis und Kuna. Wie? Die haben jetzt irgendeinen anderen. Ja, im ersten Trio-Turnier letzte Woche, glaube ich, war das, hat ja, äh, Isar, Jarvis und Kuna gezockt zusammen. Weiß ich nicht. Und, äh, die zocken jetzt nicht mehr zusammen. Jetzt zocken Kuna und Jarvis noch zusammen, aber halt ohne Isar. Okay. Dann darf ich halt jetzt doch nicht gehen. Ich gehe hinter, hinter das Gebäude. Ich habe keine Waffe. Ich gehe auch nicht. Ich gehe einfach rein, ich habe es nicht. Hä, wie? Also hast du doch eine Waffe. Ja. Ich gehe einfach rein. Die haben auch keine, Digi. Ich glaube, hier ist Anlootet. Nein, ist es nicht. Hä? Der hat mir gerade einen Thermal-Headshot, what? Die haben wir zusammen gerade einen beiden, äh, auch zur gleichen Zeit haben wir den Thermal-Headshot gegeben. Lol. Haben die ja keine Pisten mehr rumliegen, Digi. Ah. Digga, ich gebe dir auch noch Hits. Das ist scheiße, weil wir keine Waffe hatten. Oh, Eier. Frag ihn mal, oder wie vieler Platz wurdest du? Ist er noch drin? Äh, wenn du noch da bist, wie vieler Platz wurdest du? Die waren nicht da auch, oder? Oh. Das ist schon mal, oder wie vieler Platz wurdest du? Das ist schon mal, oder wie vieler Platz wurdest du? Das ist schon mal, oder wie vieler Platz wurdest du? Das ist schon mal, oder wie vieler Platz wurdest du? Das ist schon mal, oder wie vieler Platz wurdest du? Das ist schon mal, oder wie vieler Platz wurdest du? Das ist schon mal, oder wie vieler Platz wurdest du? Das ist schon mal, oder wie vieler Platz wurdest du? Das ist schon mal, oder wie vieler Platz wurdest du? Das ist schon mal, oder wie vieler Platz wurdest du? Das ist schon mal, oder wie vieler Platz wurdest du? Das ist schon mal, oder wie vieler Platz wurdest du? Das ist schon mal, oder wie vieler Platz wurdest du? was meinst du ja wie viel der platz wurde so oder war das im halbfinale ich weiß gar nicht wie viel man dafür gebraucht hat ich glaube letztes mal haben sie 80 punkte gleich ich habe zuerst soll gemacht live stream online vielleicht kommen waren in den oberen 37 prozent geht es nicht schlecht ich habe ich früher so gefühlt jetzt habe ich damals gezockt dieses du komm abkappt da ja so leistin wir haben wir haben übelst die punkte dann übelst rasierte ja eigentlich weil wir beide schlecht waren aber wir haben trotzdem irgendwie rasiert und wir waren ich glaube wir waren unter den top 5000 dinge als wenn es öfter live streams kommen wahrscheinlich oder vor allem wenn es jetzt funktioniert ich habe ein 34er pingelsteck kein bisschen der stream ist oben überall grün grün heißt das perfektes gelbes geht so und rotes macht lieber aus und da ist alles grün und schon die ganze zeit brauchst du hilfe duo pop-up war ich finale xd echt nicht mehr nicht mehr ich habe es mit dem püro zu tun ja man hier gibt es noch diese eisgranaten die ganze waffen ich verstehe es nicht warum so viele geile waffen einfach entfernt wurden die waren ja nicht zu p oder so ich verstehe es nicht ich möchte die die burst oder doch der garrie war schon krank ich habe nur scheiße dinge aber der ihr scheiß blumen jungen der war auch nicht mehr von dieser erde ich habe nur scheiß nur hast du ballon gemacht ja sind ja noch welche glaube nicht glaube nicht Ich denke am Tag über werden vielleicht noch ein paar Leute mehr reinkommen, weil morgen ist Montag, also ist schon, ne morgen ist Montag, moin mit der von Insta, moin YouTube Tyler, mit einem dem ich auf Insta geschrieben habe, ich will mal ein Duo Digga, weil da sind wir halt flexibler so. Da sind wir auf jeden Fall dabei. Safe. Wollen wir das Livestream, ne? Ja. Safe. Wollen wir das jetzt alles so flüssig läuft Digga, werden jetzt wahrscheinlich Daily Streams kommen oder safe jeden zweiten, dritten Tag, oder? Bislang wir Ferien haben, ja, aber. Ja, wenn Schule wieder ist, müssen wir gucken. Lass fetteln, äh, salty, ich bin salty. Digga, ich empfinde nur Burst, blau Burst. Äh, Gegner bei mir, Gegner bei mir, Gegner bei mir. Solche Stück, forschen mich. Wo bist du, Digga? Hat doch gesagt, wir sollen irgendwie geschlagen. Komm. Haben zwei noch. Ich bin gleich da. Boah, kommt schon da. Äh, Digga, ich bin's, Gratten, Digga, ich bin's, Tim. Ein Squad geholt, Digga. Oho, Digga, ich bin's absolut, Tim. Digga, liegt hier irgendwo ne Pumpe. Habt ihr das gesehen, Digga? Habt ihr das gesehen? Vorne Pumpe. Wo liegt der Biggi? Hops, Justin schreit, Hops. Tim ist da. Ja, man. Äh, hier liegt der Biggi. Digga, ich hab immer noch keine Pumpe, Mann. Digga, nice. Ey, ich krieg gleich nen Grafstar. Medi, clip das bitte, Kappa. Okay. Komm, lass, Trompett, kein Bock jetzt zu farmen und zu looten und weiß was. Lass die Drohne. Ja. Die waren ja komplett lost. Sie haben den Modus in voll viele lost. Ah, Kugel aufm Berg. Lass mal hin. Ja, da ist noch einer. Der geht auch runter. Geh nicht aufm Berg? Doch, bin schon da. Oh, lost. Wir zocken ja den Modus, weil der voll viele lost ist und dann kann man... Wo? Ja, ne, der geht auch weg. Geh nicht aufm Berg? Doch, bin schon da. Oh, lost. Wir zocken ja den Modus, weil der voll viele lost ist und dann kann man... Ja, ne, der geht auch weg. Nein. Digga. Das ist gleich der Ausgang, ja. Oh, äh, Dusty. Ah, ich hab nen Trumpet. Okay, oben aufs Dusty. Ich komm. Ja, die fighten da, glaub ich. Hast du Nades? Oder was letzte Runde? Ja, ich hab Nades. Werf mal rein. Nein. Nein, der wird nicht geshealt. Nein, der wird nicht geshealt. Hallo, gefilmt. Hallo, hier ist noch einer. Ja. Habi. Nice. Sechs Kills. Ey. Also, das muss ich echt zugeben, die Gegner hier sind absolut lost. Absolut. Ja, es gibt, es gibt, ja eben, es gibt jetzt schon ein paar gute so, aber es gibt auch viele lost. Ah, ich glaub, ich glaub, ich nehm mal den... Die, wo gut sind, probieren, hier Kills zu machen. Hä? Die, wo gut sind, probieren, hier Kills zu machen. Ja. Kills? Äh, sechs. Was hast du geplantet? Äh, ich hatte eins. Ah, Gegner vor mir. Komm. Ich bin schon da. Ach, Digga, bei dem Scheiß los kann man nicht sagen. Wurzbauen. Marcel, wurzbauen. Hattel. Ah, schade. Was ist denn mit was? Digga, was ist denn da los? Ich meine eigentlich nicht. Hattel seine Füße, Digga, der hat gar keinen Bock mehr. Ich hab da keine Bock mehr. Ich bin da schlechtes Sniper, Digga. Mich pusht einer. Ey, ich pusht die jetzt. Äh, wo bist du? Lol. Ich bin tot. Ja, hä? Lol. Ich hab doch gesagt, ich meine nicht die. Komm, hol ne schnell, hier mich. Yo, hau rein. Chronix. Hab ich. Hier mich schnell, bitte, weil die Sonne kommt. Hau rein, die geben, machs gut. Hier weiter, hier weiter, hier weiter. Hier weiter, hier weiter, hier weiter. Oh, Digga, jetzt passen wir. Boah. Scheiß drauf. Ich hab zwei Lagerfeuer. Mann, oh. Ich freu mich. Ey, ich hasse es einfach. Ey, die Posen. Frechheit. Hä, wo denn, Digga? Ich check gar nix. Oh, die sind auch so n... Nice. Ja, Mann. Ja, Mann, Digga. Was gibt der mir für'n Hit und ich ihm, Digga? Was labert der denn? Drei Kills. Null Kills. Fünf Kills. Und zwei Kills. Ich denke, wer der ist, Digga. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Vorhin hast du ausgelutscht. Ich kann nicht mehr normal sein. Ist das wie normal, du? Oder Arena? Oder... Nur noch ein bisschen created. Okay. Digga, fünf Likes hat er das Stream. Hä, wer ist noch alles da? Äh, weiß grad gar nicht. Wer ist noch da, Jungs? Oh, der mit den... mit den 45 Punkten ist noch da. Äh, weiß ich nicht. Wenn wir gleich wissen. Ja, der ist so fett. Ich bin erinnert, wo das geht. Justin ist noch da? Okay, nice. Spielst du auf Controller oder auf PC? Das ist nicht der. Ja und? Ja, war meine Frage. Er ist so warm, Digga. Entführt. Wohin gehen wir? In deine. In meine. Ach Digga, ist so warm. Ich bin lost. Ich würd mal sagen, wir streamen morgen 20 Uhr. Auf Trocken. Schon dringend. Ja. 20 Uhr ist eigentlich ne gute Uhrzeit. Da sind auch bestimmt viele online. Und wenn's nur 3, 4 sind, Digga. Ja. So wie jetzt ist auch perfekt. Also... Also jetzt perfekt. Wie dir vorhin sagt es ja, für einen Läufe... Lohnt es nicht zu streamen. So einen, Digga. Oh, du trainst auch. Ah, ich kann nicht bauen. Ah, ich kann nicht bauen. Ah, ich kann nicht bauen. Okay, mach die Pumpgun weg, die fackt mich so ab. Nein. Mach... Okay, mach die Pumpgun weg, die fackt mich so ab. Okay, dann bin ich die Pumpgun. es ist keine pumpkin ich bleib bei der waffe kannst du nichts daran ändern ich weine weil ich gerade zwar genannt oder ich gehe hier ja Ich glaube es hat sich gelohnt mit runter zu überholen. Ah, jetzt hat er den scheiß Krampfschrott, ey, ja. Oh, Digga, so ein Lost bist du, Digga, so ein Lost bist du, so ein Lost. Aber wo habe ich da hingeschossen? Jasper fragt ein paar Sachen, falls du noch da bist. Oder wenn du irgendwas wissen willst. Wer von euch hat die meisten Wins? Boah. Ja. Ich glaube ich, ne. Ja. Ich sag nämlich immer auf zwei Accounts unterschiedlich. Digga. Aber er hat auch früher mehr Squats gezockt, aber in so weiter hab ich nicht. Ja. Also in Squats hast du viele, gell? Das fast 100 Squats sind. 200. Ja, Digga, da hast du viel mehr Weg. Ich glaube ich hab insgesamt 150. Ich hab 315, ne 320 ungefähr. Wie schaust du im Solo? 7, 8. So. Aber ich zog halt auch kaum Solo. Bist du unten? Ich zog auch nur, wenn ich alleine bin. Bin. Ja. Also eigentlich nie. Oder wir haben ja zusammenzog. Ja. Hat mir früher viel Solo gezockt. Mach auf. Kein Aim. Kein Aim. Äh und Justin. Äh. Was denkst du, wer von uns den Youtube-Kanal macht? Oh. Vereingeschissen. Also. Ich weiß, Digga. Meine Hände sind so schwitzig, Digga. Meine Taktik macht er da, Digga. Was eigentlich? Hä, die mach ich schon voll oft, aber. Maximal Bauhöhe, Digga. Sag mir doch Bescheid. Ja, ich geh ganz runter. Oh Gott. Ja. Wer ihn macht? Ne. Ja. 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 Genau. Wer führt den Youtube-Kanal? Ja. Wer führt den Youtube-Kanal? Ja, wo Chills sind jetzt seine Bases. Ich bin ganz unten. Lass mal abbauen. Ne, wir machen den beide. Ist gar. Ist gar, hätte 50. Tschüss. Ich kann es bauen Frechheit Frechheit So ein Ding Ich meine, wir machen einen Ball Ich kann es für sie Ich kann es für sie Leute, wo ist sie? 24 ich mache mal den logo hey, meine Hände sind schwecken ja, jetzt kannst du gleich in den Logon gehen was, was, dicker, was, was dicker, was dicker, was was moochst du? ich kann nicht bauen ich habe meine eigene Treppe weggeschaut ja, meine Hände einfach los da wird sogar try ich nehme 101 ah ja, besser ist da haut L2 halt rein ne 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 Nein, Digga, was für ein Hit war das? 2,80. Ein großer, gell? Ich glaube 2,80, ja. Also eine war, glaube ich, ein 60er und eine war ein 60er. Noch da, Justin? Warum wachst du jetzt so dumm? Weil ich die ganze Zeit verborst. Ah, das ist auch gut. Nice, Justin. Digga, boom, what the fuck? Digi, nein, nein, Digi. Das ist halt scheiße. Digga, der Blum hat so reingehauen. Digga, was? Digga, was? Digga, was? Digga, was? Ich habe dir gerade nicht den Andachthatsch geschnitten, oder? Nein. Habe ich nicht, oder? Digga, was? Digga, was? Digga, was? Oh mein Gott. Digga, uff, Digga, quick flick, quick flick in your head. Digga, du bist absolut lost. Echt? Und dann? Ich war runter. Ob das hier, wenn man lost ist? Ja. 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 Das hat mir der Kram schon keine Chance aus. Hier gibt es einen 200er. 220er gehen. Ach du. Bist du runtergefallen? Nee, hoch. Digga, ich törte mich ein. Ich... Ja, zeig dich doch mal. Nervt mich. Ich törte mich jetzt. Ja, ich törte mich. ich bin lost rino lassen wir mal den ich kenne mich halt auch nur mit der diegel deshalb traurig ich kräfte ich halber mit der diegel ich halte schwein tschüss wo ging der palmkant schuss hin der ging ja absolut weit weg justin ehre dass du noch aktiv bist oder was nach dem passen der ist eingeschlafen hat eigentlich ich lass youtube mal laufen und das ab morgen wiedergabezeit haja der war vor einer lässt sein handy kaputt gehen das der bildschirm an wurde von einer list und man ist aber noch laufen ja und irgendwann geht das dem auf lande voll idiot Wenn wir sehen, dass immer ein Zuhörer da ist, dann würde ich ihm nicht noch was machen. Ah ja. Du, ich hab aufgehört zu schießen, ich hab so fünf. Dünnster Fehler hast du gemacht. Ich glaube, ich geh jetzt offline. Also wir können auch Talken. oder sowas, weil ich muss das Video noch schneiden, oooohh, ehh, lauft, sagst du? Sei bei, my friend. Ist noch jemand da eigentlich, dann können wir die fragen, was wir haben wollen, oder 15 Gameplay, oder? Wir können das 15 Gameplay nicht schneiden. Ja, ich weiß aber, dass es dann so übermorgen kommt. Er ist glaub echt eingepennt. Gell? Und es ist auch noch er, gell? Ja. Ey, wenn du noch da bist, spoiler dir jetzt alles im Haus des Geldes, ok? Ne, ne, bin Wachschreiter. Neurobi stirbt. Ah, guckst du mal, ob das Haus des Geldes? Er guckt kein Haus des Geldes. Ja, ne. Die Empfehlung von mir, guckst du an. Äh, Justin, was willst du eher? Morgen? Ne, wenn nicht du wäre, Challenge? Oder heute Nacht noch? Oder, äh, ein 15 Kill Gameplay? Kannst du entscheiden hier, exklusiv. Ah, du bist los. Und sag mal auch du, was du, was du mehr feierst. Challenges und so, oder eher so Gameplay. Ha, ha, ha. Digger, ich treffe mit der Pamke, ich habe mit der Deagle 2 Mal. Ich bin's, Tim. Ja, ich weiß. Wenn ich du wäre, ok. Aber was findest du insgesamt interessanter? Ich glaube eher Challenges, also find ich auch interessanter. aber auch nicht immer gameplay also ich finde eigentlich beides gut du bist eine ungesunde mischung übertreibe deine lage du hast zweck in den täter bist du runtergefallen weil es nur noch an dem an der pyramide du bist aber lustiger du bist los du bist los du bist los ich würde sagen 20 zu 8 für emerson ja noch bock oder was schon lustiger aber schon hartlos ich komme noch an zu dir bist du lustig oder soll ich da runter schießen weil da nichts anderes das ist etwa ein ding der unmöglichkeit was der war drauf der war drauf aber absolut aber so viel dazu die kampfschlussflinte wurde gebarft oder aber auch von 2 3 4 5 keine ahnung wie viele wenden bis entfernt war 18er hit ohne headshot die kampfschlussflinte die kampfschlussflinte die kampfschluss flinte ich habe nicht L2 ich habe ein blum ahja besser ist besser ist also jungs hau der renn bis den standard skill is back in business ne also justin und danke dir also jetzt ist noch eher drin aber ja, ich bedanke mich mal, dass du am Start wirst, morgen 20 Uhr nächster Stream hau da ran, bis denn ciao